Im gestrigen Markeflüster hatte ich die geradezu unverschämte These vertreten, dass die Aktienmärkte noch keine Trendwende geschafft haben, vielmehr im April sogar wahrscheinlich noch mal neue Tiefs zu erwarten sind. Heute stelle ich mal die Frage, welche Voraussetzungen hat es denn, dass eine Trendwende wirklich eintreten kann? Das wollen wir uns mal anschauen. Da haben sich die Goldmänner von Goldman Sachs mal Gedanken gemacht und gesagt, naja, was müsste da eigentlich passieren? Da sagt man zunächst mal, naja, es müsste zunächst mal, und das ist klar, die Geschwindigkeit der Neuinfektionen vor allem in den USA nachlassen. Wir müssten also so eine Art Peak Corona haben. Das wäre die erste Voraussetzung. Die zweite wäre, dass die Maßnahmen, die die Fed und die Regierung getroffen hat, dass die effektiv sind, dass das Geld da ankommt, wo es wirklich gebraucht wird, wo es auch effektiv verarbeitet werden kann. Dazu gleich mehr. Und die dritte Voraussetzung, und die sieht Goldman Sachs nicht erfüllt, ist die Positionierung der Anleger. Hier sagt man von Goldman Sachs, dass wir nach wie vor nicht die Phänomene erleben, die wir dann in der Nähe von Böden sehen, nach einem Crash oder nach einer scharfen Korrektur. Das sei laut Goldman Sachs noch nicht der Fall. Man arbeitet hier mit Standardabweichungen. Da sind wir jetzt bei 1,4. Normalerweise schwupps, da geht er rüber. Normalerweise sind diese Werte deutlich tiefer. Das heißt, da müsste eigentlich noch einiges kommen. Schauen wir uns mal die Sache an, was bisher getan wurde von verschiedenen Staaten. Hier ist eine Tabelle, die zeigt, was die verschiedenen Staaten, nämlich die G10-Staaten, sowohl an fiskalischem Stimulus als auch an einer Art Sicherheitsnetz gespannt haben. Also Steueraussetzungen etc. etc. Hier sehen wir, dass die Amerikaner am meisten getan haben. Insgesamt ist das um und bei 11% des BIPs. Deutschland liegt da nicht einmal bei 4%. Japan kommt da noch am nächsten den USA und dann kommt schon UK. Also man sieht, da ist wirklich viel gemacht worden, vor allem seitens der US-Administration. Da ist richtig reingebuttert worden. Gleichwohl dürfte das, was jetzt auf uns zukommt, nicht allzu hübsch sein. Hier sind mal die Projektionen der Deutschen Bank für das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal, auch im ersten Quartal 2020, drittes Quartal 2020. Und wir sehen, wir sind etwa bei den USA, schätzt man, minus 10,5% für das zweite Quartal. Die Eurozone minus 14,7%, Deutschland minus 10,1%, Großbritannien minus 16,3%, auch Frankreich mit minus 14,9% und Italien mit 14,2%. Nicht gerade gut dabei, aber den Vogel schießt wahrscheinlich dann Spanien ab mit minus 24,0%. Im dritten Quartal dann überall Wachstum außer Japan und den USA, interessanterweise hier diese Prognose. Das große Problem, das hier Tracy Alloway auf den Punkt bringt, ist, unser Finanzsystem ist nicht darauf ausgelegt, dass so viel Geld so schnell zu so vielen Leuten kommen kann. Wir erleben derzeit die Schwierigkeiten, die das macht, dass Server zusammenbrechen, KfW, irgendwelche Einrichtungen, die eben hier diese Anträge annehmen, sind nicht darauf ausgelegt. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass wahrscheinlich es länger dauert als bisher angenommen, dass diese Gelder wirklich ankommen. Das wird für manche dann möglicherweise zu spät sein. Wer mit Geschäftsleuten spricht, die sagen, dass die Probleme jetzt so sind, dass man nicht weiß, wen man noch beliefern kann, weil man nicht weiß, ob man sein Geld bekommt. Das heißt, wir haben jetzt so eine ähnliche Situation wie 2008 folgende, als eben unklar war, ob derjenige, dem ich etwas liefere, wirklich auch solvent ist. Ob ich mein Geld dann wieder sehe, das ist ein Phänomen, das jetzt massiv um sich greift. Die US-Administration, mithin also Trump, geht davon aus, dass wir jetzt Mitte April einen Peak haben. Das ist die Projektion, die Sie hier sehen, die die US-Regierung hat. Mitte April also der Hochpunkt und dann geht es nach unten und im Juni ist die Sache dann mehr oder weniger erledigt. Wir wissen aber nicht, ob es so ist. Das aber ist eine zentrale Voraussetzung auch für eine Trendwende an den Aktienmärkten. Wir sehen, dass jetzt wahnsinnig viel Cash-Zirkulation ist. Das heißt, die Amerikaner, und darauf bezieht sich das, die horten Cash ohne Ende. Da ist so starke Cash-Hortung der Fall wie bei der Unsicherheit, Jahreswechsel 1999, 2000. Damals wusste man ja auch nicht, verschaffen die Computer das, kriegen die diesen Jahrtausendwechsel hin. Sie haben es hingekriegt, wie wir wissen, aber damals war man auch ein bisschen panisch. Jetzt wird gleichwohl mehr Cash gehortet als in der Finanzkrise. Wie schlimm wird es jetzt in Sachen Wirtschaftsdaten? Hier sind die Projektionen für das, was am Donnerstag kommt. Am Donnerstag kommen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe jahrelang kaum beachtet, war auch nicht so wichtig. Jetzt die mit Abstand wichtigste Zahl, können Sie alles andere vergessen in der Zeit. Und die Prognosen liegen für die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für jetzt kommenden Donnerstag. Also die Zahlen praktisch jetzt der vergangenen Woche, die da erfasst werden, liegen zwischen 3,5 Millionen und 6,5 Millionen. Also 3,5 bis 6,5 Millionen, nachdem wir ja in der Vorwoche 3,28 Millionen hatten. Also das sind massive Zahlen. Hier mal ein Vergleich zwischen dem S&P 500 heute und dem S&P 500 zwischen 2007 und Ende Oktober 2009. Hier sehen wir, dass wir ein ganz ähnliches Muster haben, das sich möglicherweise dann nochmal so auflöst, wie ich es versucht habe, gestern im Markt geflüstert zu skizzieren mit dem Tief, das wir im April nochmal sehen. Wir sehen, möglicherweise kommt dann eine Rallye, ganz klar, wenn der Stimulus kommt, wirklich ankommt, wenn dann möglicherweise Corona doch sich abschwächt, dann haben wir das Potenzial für eine massive Rallye, aber nach meiner Auffassung jetzt nicht. Das liegt auch daran, dass die Financial Conditions, die Finanzierungsbedingungen mithin, also wie leicht es ist, Kredite zu bekommen, unter Umständen, die haben sich nicht so stark verbessert wie die Aktienkurse. Das ist vielleicht ein entscheidender Punkt. Wir sehen insgesamt, wenn man jetzt mal eine Bilanz ziehen würde, dass Aktien, nämlich US-Aktien, minus 22% zum Vorjahr aufweisen, während langlaufende Staatsanleihen aus den USA plus 22% rentieren. Hieß es nicht immer, Tina, es gibt keine Alternative zu den Aktienmärkten, doch die hätte es gegeben. Schauen wir uns mal die Projektionen an. Was zu erwarten ist jetzt bei Gewinnen der US-Unternehmen? Hier sehen wir nach verschiedenen Sektoren für das, was derzeit erwartet wird für 2020. Technologie plus 7,0% sportliche Erwartung angesichts der Umstände. Ganz hinten Energie mit minus 62,3%. Healthcare dürfte noch positiv sein. Communication Services, also auch Tech im weitesten Bereich, da erwartet man noch Positives. Insgesamt sehen wir aber, dass die Gewinnerwartungen deutlich runtergegangen sind. Wir waren so im Dezember noch bei 10%, im November waren wir über 10% Erwartung für das Gesamtjahr 2020. Jetzt sind wir bei minus 1,2%. Auch das halte ich für nachgerade optimistisch, minus 1,2% im Vergleich zu 2019. Da war doch die Welt super in Ordnung. Wir müssen uns auch vergegenwärtigen, dass wir ja diesen, sagen wir mal, Mini-Crash hatten in Dezember 2018. Und wir stehen immer noch höher in einer Welt, die sicherlich ökonomisch deutlich schlechter aufgestellt ist als Dezember 2018. Sollte man nicht vergessen, hier sehen wir, dass nach wie vor im ersten Quartal ein Gewinnwachstum im ersten Quartal von 2,0% erwartet wird. Das wäre dann das geringste seit dem zweiten Quartal 2016. Aber Corona ist ja so richtig erst im März reingeknallt sozusagen. Und heute Nacht hatten wir ermutigende Daten aus China. Da gibt es allerdings die eine oder andere Stimme, die sagt, naja, das ist in etwa genauso absurd wie die Opferzahlen, die Zahl der Toten, die China offiziell ausweist. Wir sind beim China, beim offiziellen Einkaufsmanagerindex auf 52,0 gestiegen von 39. Das ist der größte Sprung ever. Es ist auch die größte Abweichung der Erwartungen ever. Also das ist schon eine lustige Geschichte. Aber sei es drum, schauen wir uns einmal die Charts an, gucken wir, was da los ist. Was wir hier sehen, das ist der DAX, die Charts von Capital.com. Der DAX bei 9.804 Punkten. Ist also nicht so wahnsinnig, so fürchterlich viel passiert jetzt. Wir sehen den Dow Jones, 22.160 Punkte. Heute Nacht wenig Bewegung, Quartalsende zum Beispiel in Japan sehr, sehr wichtig. Da endet das fiskalische Jahr, wir sehen dann so leichte Flash-Crashes bei Währungen, wie zum Beispiel australischer Dollar, wie zum Beispiel auch britisches Pfund. Hat sich aber alles so ein bisschen eingependelt. Wir sehen Euro-Dollar bei 1.10.19. Wir sehen Gold bei 1.612. Und das amerikanische Crude Oil kann sich etwas erholen, auch für 23,07 Dollar, weil Donald Trump natürlich mit Wladimir Putin gesprochen hat. Und da haben sie gesagt, wir bringen den Ölpreis wieder nach oben. Und das wird sicherlich gelingen. Das ist vielleicht auch eine der Voraussetzungen hier, damit die Aktienmärkte eine Trendwende schaffen. Schau mal, moine, sieh mal schon weiter, würde jetzt der Franzi sagen. Nach meiner Auffassung fehlen entscheidende Voraussetzungen für eine Trendwende. Sie mögen es anders sehen. Viele sehen es anders. Das bullische Sentiment ist durchaus wieder groß. Das sollte gerade die Bohlen vielleicht ein bisschen skeptisch stimmen. Vor allem, wenn dann dieses Monatsende-Ding erstmal gelaufen ist und wir dann in den April starten. Bis dann sage ich Servus und Ciao.